willkommen zu einer neuen folge ich hoffe die wird etwas erfolgreicher als die letzte und nicht so ein total reinfall ich meine wir haben glaube ich drei päckchen waren es drei drei oder zwei päckchen gefunden immerhin aber der rest war scheiße da hinten ich vergesse jedes mal wo die rampe ist und ich glaube ist es auch nicht eine so sonderlich gute idee dann mit dem krankenwagen rüber zu düsen aber hey noch hat er geklappt und noch mal zum teflon und Let's start. Ich bin ein super Taxi. Und drin. Steht nicht im Weg rum. Oh Mann. Das war wieder total unnötig. Oh, was macht er denn? Ja, wieder mal in Mr. Whoopie. Please stop me. Oh, ich dachte gerade, der wird abbiegen, der LKW. Okay, sonst wäre ich da eigentlich nur noch durchgedüst. Alter! Will der mir den Vorverklauen oder was? So, wir sind auf jeden Fall in Portland. Das ist schon mal sehr schön. Wo müssen wir hin? Mitten ins Mafia-Gebiet oder was? Ah, zum Glück scheint in dieser Mission keiner auf uns zu ballern. Hey, zurück ins Auto, wieso? Was ist los? Reparierer den Wagen. Warum? Ist das mein Auto oder was? Ups. Wieso ballern die nicht mehr auf uns? Nur wegen der Mission jetzt? Oder generell nicht mehr? Also, wir waren hier auf hier im Spray eigentlich. Ich muss halt aufpassen, dass hier die Karre jetzt nicht unter dem Hintern noch wegexplodiert. War das nicht hier irgendwo? Ich bringe den Wagen zurück, er muss in einer Art Zustand sein, keine Tüte. Nein, wir müssen keine Zeitgruppen mehr. So, ab in den Tunnel. Ein Drittel haben wir somit schon mal geschafft. Ach, lebt mich doch. Wir reparieren wir den Wagen drüben, ey, meine Fresse. So, jetzt muss ich erst mal rausfinden, wie wir hier zu P und Spray wiederkommen. Ich hatte nämlich keine Ahnung gerade. Wir machen uns Fleisch. So, wo war denn das jetzt? Da gab es die Waffen und ein Klickchen. Okay, merken. Ein Antistern, okay. Hier war ja das Auto abgeben. War dann das gleich nebenan? Nee. Aha. So, jetzt Bus, keinen Fehler mehr machen. Okay. 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 Aha. Alter, schon wieder ein Mr. Rookie. Die, die wollen mich doch hier verarschen. Hier ist ja eine Fö- 20.000 Dollar, ist ja wohl ein Witz. Oh, die Karre ist mir zu langsam. Okay, die haben also alle Schäfer nun nicht geballert, weil wir die Mission gerade gemacht haben. So, ich glaube, hier sind wir richtig, ne? Wie ist der beste Weg dorthin? Ich werde dich rausziehen! Und da, du kannst dich rausziehen! Das ich das nicht eher gesehen habe. 78 und ich habe vorhin auch noch eine Ecke entdeckt, wo wir noch nicht wirklich gesucht haben. Vermutlich ist da auch gar nichts, aber ich möchte, dass mir das selbst verweisen, genauso wie hier. Die gräsigen, grasigen Hügel. Ganz schön viel noch grasig. Ok, da oben kommt man wohl nicht drauf. Ich stärke mal lieber aus. Ne, ich würde sagen, da gibt es nichts zu holen. Was soll das denn hier? Nicht mal was versteckt, ey. Oh, oh, hier ist Wasser. Nicht ins Wasser. Da unten könnte aber was versteckt sein. Ausnahmfahrtzeitung. Vielleicht aber auch nicht, jedenfalls nicht in dieser Richtung, wie es aussieht. Nö. 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 auch nicht wirklich wieso nicht finde ich frech das könnte sogar noch ein Munster-Stunt sein hallo oh Gott oh oh jo tschüss spitze bedanke mich bis dann